Als überregional agierender Allianz-Generalvertreter ist es mein Ziel, mit Offenheit, Individualität und außergewöhnlichen Serviceleistungen Ihr besonderer Dienstleister zu sein. Die permanente Weiterbildung meines Teams ist die Grundvoraussetzung unserer qualifizierten Beratung. Ganz gleich, ob Sie sich gegen Risiken schützen, Ihre Familie absichern oder für das Alter vorsorgen wollen, Wir vermitteln Privat- und Gewerbeversicherungen, Geld- und Fondsanlagen sowie Bau- und Anschlussfinanzierungen. Überzeugen Sie sich selbst!